Okay, dann muss ich aber erstmal ne Palette Whisky, äh, Whisky, Wodka zuschicken, glaub ich. Wie hast du noch nicht gemacht? Und eine Adidas-Hose. Ja, klar, eine Adidas-Hose. Und Mr. Kobolds, danke für deine Abo-Verlängerung. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir viel Spaß mit Rollerball. Alles ist gelb, macht Spaß. Ist ein Tony Hawk mit Schießen. Also Ballern. Tony Hawk mit Schießen. Er schießen oder B schießen? Ja, B schießen, R schießen. Ah, okay. Du schießt halt auf Inlineskates rum. Durch Maps und hast Emissionen. Und das ist echt ganz gut gemacht eigentlich. So. Ach, die Rune läuft schon, wir können weitermachen. So. Was kann ich noch reinmachen hier? Debt aktiviert. Holpriger Untergrund. Begrenzungen zurücksetzen. Lass das mal schon, sonst wird's lustig. Ich kann die Ballgröße oder die Ballform zufällig machen. Ja, die kann zufällig machen, ruhig. Dafür haben wir... Das muss ich. Ja, okay. Die Ballgröße, die Ballgröße... Warte mal, die Ballgröße zufällig machen oder die Form? Nein, die Ballgröße. Okay. Aber wenn die Ballgröße unterschiedlich groß ist, passt der dann über den Schlüssel ins Loch? Ja, klar. Fragen über Fragen, ob Dinge in Löcher passen. Vor allem in den Dingen zu großen in den Löcher. Warte mal, jetzt muss ich das wie wir uns... Nee, bei der Größe musst du auf alle gehen. Auf alle? Unten, ganz unten. Ach, ich bin auf einzeln gegangen, okay. Genau. Okay. Schlagstück ist aktiviert, Springzulassens aktiviert. Okay, was ist das hier? Alles haben wir auch noch nicht ausprobiert, also... Die Zeit, wenn die Spieler bei jedem Loch frei auf der Bahn umsehen können, ach, das ist natürlich doof. Wir lassen das so... Respawn, Powerups ist drin, Kollisionsmodus ist aktiviert. Ja, da haben wir alles, ne? Dann musst du noch speichern oder übernehmen. Übernehmen! Wir spielen Oase, viel Spaß! Oder will noch jemand mitmachen? Nächste Runde vielleicht? Gehen Wolf! Oh, Oase. Ja, stimmt. Viel Glück! Der Gesichtsausdruck von der Hässe. Swings und der Mietse Katze. Sieht auch gut aus. Ja. So sehe ich immer aus, wenn ich Affe schreie. Jetzt weiß ich auch, wie Funk aussieht immer. Rude. Oh! Danke fürs... Äh, Powerup. Oh, da hat aber einer gut vorgelegt, hat er. Mhm. Oh, danke, Frosty. Hm? Warum? Ich bin schon wieder ein Würfel. Ich bin Zylinder. Oh, hi. Verziehe dich aus meinem Gesicht. Ich sehe dich gar nicht mit deinem Hut. Nein. Genau hinter dir. Ich bin doch ins Loch eingefahren, wie wir weiter sind. Der Johann ist schon wieder am Kuscheln. Oh, zu schnell. Zylinder hat dich halt ganz toll arg lieb. Nein! Wer hat mich denn aus dem Loch rausgehauen? Schön, dass ich die Füße hatte. Uff. Johannes, denk dran. Nicht Punkte sammeln. Ja, ich mach das mal. Ich will nur wissen, wie das geht diesmal. Mit dem Punktesammeln? Nein, das, was ich jetzt vorhabe. Oh, nein. Wen darf ich jetzt anschreien? Was, ich nicht. Komm, kick mich einer. Komm, ich nehme ein Vespo einfach. Komm, kick mich einer. Das ist ein Holle-Won. Ich war so aus. Crack ist überfordert mit sich selbst. Hä? Oh, nein. Entschuldigung. Oh. Ich hab mich rausgekickt. Musik findest du netter? Sehr gut. Okay, Tile und Vespo sind. Mann, ich bin wieder da, wie ich vorher war. Scheiße. Bei mir, ich lag hier irgendwie und Johannes war vor mir. Und neben mir waren noch zwei. Da war nicht viel. So, ich frier mich noch mal kurz ein. Warte. Jetzt aber. Jetzt ist es ja auch für die nächste Runde einhalten können, gell, Vespo? Ja. Ja, aber. Weil ich mich schon selber freezen kann, war auch nicht. Wie, Tiff? Warum bin ich gesprungen? Was war das schon wieder? Bin verwandelt. Ach so, weil ich ein Ei geworden bin. Ja, ich war ein Hörnchen. Au, au, au. Ich käme wieder ein Zylinder. Ach so, du liegst da irgendwie weg. Oh nein. Warum bin ich so komisch geflogen? Weil du wahrscheinlich auch irgendeine Figur warst. Hi, Xay. Hi. Das kommt Krump. Was ein Game. Ja, glaube ich, da hast es recht. Also die Größenunterschiede sind schon echt ablenkend. Groß, dick, klein, glück. also es gibt ja egal zu schwach da kann man abgeprallt da oben hat aber den tonigchen gemacht das ist sehr gut der honig hat mich gar nicht abgehalten weiter zu fliegen und so nicht weg zu viele schläge die ganzen punkte für die liste von unten an das ist doch gut fragen wo hier die fahne ist von dem spiel ja direkt links was haben wir immer noch oder nein ich hab die ecke oben klein ja viel zu schnell geht ja auch man war nun mal gerade gewesen ja gut wir können natürlich auch direkt aber ja man kann auch bei der fahne abgepräut und ich fliege einfach durch was machst du der fahnen steht ich kann noch nicht mal auf die oben position also ich bin mit anderthalb schwung rüber gesprungen direkt einfach links rüber und ihr knallt euch gegen die wand mit drei und müsst dann direkt gegen die wand wenn ihr zurückknallt mit links klickt rüber ja das hätte ich vor elf sprüngen machen können das hat mich zu warm auf der nette aber echt ok was ich gerade versaut habe ich jetzt nicht dein ernst von der ecke aus nicht zu schnell wie ihr könnt aus diesem loch einlochen immer noch letzter scheiße ok da war ein bisschen stark ich bin die würfel ok egal honig das war fies das hat mich voll abgebremst das ist aber schon ein bisschen er hat mich zweimal gehonig darf ich jetzt auch mal ein golfball sein aber sehr gut war eine eichel ja verdammt dummer doch 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 meine güte wachs über paar was war das denn johannes ich habe einfach so oft gemacht bis ich irgendwie die kante getroffen habe das ist ein eikraudier da ist ein küken drinnen da ist ein küken drinnen ich habe einfach so oft gegen die solle gespielt bis es ging aber ich hätte vor zehn schlägen gehabt voll vergessen ich bin immer noch letzter was ach du scheiße ok ach natürlich ja pfff what ey der haut mich denn da raus aus der mitte zeichelt hätte das eigentlich für eine millisekunde früher kommen können ich bin scheiße designs commas google werde bei mir reingedonnt Echt okccll alles gut passiert rate ist wie bei rocket automatisch Ich jetzt auch. Da treffen wir uns auch immer. Was? Nein, dann kann doch springen. Ja, stimmt. Uh. Danke. Bitte. Oha, okay. Okay. Ich weiß nicht, ob dich irgendwie angeschubst hat, aber es war super. Ui, au, au. Wer macht denn da wieder Honig hin? Ich kann es lernen. Fui, weil. Oh, oh, oh. Ja, fast die. Ja, nein. Ach, Mann. Gar nichts, ich chill jetzt hier einfach. Ich schub niemanden an. Hörst du mich gerade noch abschießen? Nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, das ist wieder krass. Janus, du spielst keinen Pokémon. Ja, du spielst keinen Pokémon. Oh, oh. Oh, Mann. Nein. Oh, das will einfach mal ausräumen lassen. Schade, oder? Das habe ich letztens auch mit dem Doppelsprung hingekriegt. Ich hätte auch bloß ausräumen lassen. Tschüss! Ey,